Was? Noodown? Die Map halte quasi. Bisschen Requisite. Ne. Schauen wir mal. Kann bestimmt lustig werden, kann aber auch nicht lustig werden. Je nachdem wie wir uns anstellen oder nicht anstellen. Und. Ähm. Ja. Kann interessant werden auf jeden Fall. Warte mal, wie ging das jetzt wieder sperren? Ja. Ich will mich nämlich hier noch einher bewegen können hier. Ja. Du dumm. Du bist die letzte Requisite. Halte durch. Ach. Lebt denn der alte Holzmichel noch. Holzmichel noch. Holzmichel noch. Lebt denn der alte Holzmichel noch. Ach du auch da. Ja, er lebt noch, er lebt. Wie die gerne lebt. Hat er mir da mitten in meiner Aufnahme hineingefummelt. Ja, er steht die Aufnahme, die Aufnahme, die Aufnahme. Ja, er steht sie und er macht es gern. Was war noch mal gleich? Ey, ich bin immer noch im Leben, was ist denn da los? So, eine schnelle Runde in den COD, habe ich gehört. Hey, Sepp ist das jetzt hier? Macht denn der? Hallo? Ja, wir zwei. Aber nur für ein paar Runden, weil ich muss morgen ja wieder los. Hallo? Arschloch! Du bist ein dummer Wichser, Junge. Ich mach dir einen Mittelfinger hoch. Ach das. Das war gut. Du bist ein dummer Wichser, vor allem ich bleibe auch noch trotzdem cool stehen, anstatt es wegzularennen, gell? Oder wegzuflütschen halt, oder wegzulaufen, oder wie auch immer. Das kannst du verwenden. Ein blöder Spinner, Junge. Nein, warum ist jetzt die komische Kackwaffe hier? Bäh. Ist das der richtige Modus? Nein, das ist auch nicht der richtige Modus. Das ist der richtige. Aber mal komm, Spiel beginn hier, ich will hier nicht fünf Stunden warten. Ja, ja, Moment, ich komm doch schon. Und du trittst jetzt einfach bei, oder was? Ich starte gerade das Game. Ich stelle nebenbei den Sternenhil-Projekten noch mal neu ein. Ich hab' den jetzt seit Jahrzehnten mal wieder aufgestellt. Sternenhil-Projektor? Was? Sternenhil-Projektor. Sternenhil-Projektor. Ich hab' doch mal Views sogar dazu gemacht. Unboxing. Das ist schon der Batterie, aber es ist auch jetzt nicht mehr. Jetzt kann man bestimmt ja Alzheimer kickt. So, ich bin euch beigetreten. Oh, ich hab' sogar gleich direkt ein... Ah ja. Wo was denn? Ich komm' rein. Täuscht, können wir sich da rein. Hä? Kann heißen, ich weiß nicht was. E-way-Klein-Anzeigen, Philips, you, meine Fresse. Hä? Ah ja. Ist doch gerade eben irgendwas fortge... Ist die die bisher ernsthaften, ne Bumsepuppe? Ja, ich war's gerade eben auch. Ne Bumsepuppe. Ich hab' ich jetzt verraten, darfst du ihm nicht verraten, was ich bin. Du wirst nicht live. Ach, ihr macht gegeneinander, oder was? Ja. Auf Twitch. Auf Twitch, du Bitch. Auf Twitch, du Bitch. Hä? Hab' mich nicht groß vom, äh, Dings entfernt. Du müsstest selber pfeifen können, dass du wirst. Ach so, das hör' ich gar nicht die ganze Zeit gar nicht. Kannst du dich erinnern? Ja, wenn ich pfeife, dann hörst du das nicht. Warte mal. Meine Partypriorität hier noch nicht runtergestellt wieder. Ich renne hier die ganze Zeit rum und hör' gar nicht. Töchst du dich nicht zerstört. Hä? Hä? Was fand ich mir, hä? Ich bin auf die Auflösung gespannt. BLE. Sh tej, du hast bestimmt nur den Trick 17, oder? Sch! Jetzt schrien wir ja alles abschießt! Ne, ne, weiß ich ja auch nicht was du bist hier. Aber es ist ja mit deinem Zeitbeschränkungen drin, aber irgendwie passiert ja auch nichts. Ich hab' auch das für die Zeitbeschränkungen drinnen, aber irgendwie passiert ja auch nichts. Ja. Aber ich sehe ja nichts. Oh! Ne, wir haben auch die Zeitbeschränkungen drinnen, weil irgendwie passiert ja auch nichts. unbegrenzt gemacht damit es nicht unfair wird ich habe euch wie lange dennis suchen ob ich jetzt dreht er sich um lebt nach wie kannst du ihn sehen bist du mich in einen raum drin muss das noch mal mit pfeifen umstellen denn es lauf mal wirklich am gelben haus herum außen 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 rumlaufen gibt es auf stelle mir mal ein bild auf wo du bist ich verstehe es selber gar nicht wo du bist guck einfach mal ins film dome bei twitch du bist ja so läuft ja moin hey hey nochmal die wir sind noch auf tscheche ich habe komisch löter waren stuhl gerade eben gewesen zumindest ja morgen deine käfer folgt mich noch nicht mal das geht ich muss das aufnehmen und auf tiktok hochrang steve ich muss das aufnehmen und auf tiktok hochrang steve so fies wie die so fies alter bist du ein klassischer kleiner futzenklicker scheiß stuhl das hast du nicht mitbekommen oder ich habe sie vor und so einfach jetzt wieder hin und nachladen oh man du bist gerade extrem lust hallo wann habe ich das mal groß gespielt das ist schon ein kleiner bümmelfecker junger das müssen wir jetzt wieder hin da vereländischer kleines arschloch aber ich möchte ihm das mal zu spielen wo ist er denn jetzt also auf ragequit tupe dass das kein zufall war ganz geil na ihr seid jetzt beide versteckt er wird mich da haben hier wie oder klotz dem stream da einfach nach mysteriöser weise nämlich drei leute auf einmal ja ich bin eh tot ich hab's ein bisschen fairer gemacht ach ja ja moin ich hatte nicht mal eine chance irgendwie weg zu gehen oder mich zu ändern oder sonstiges ja er hat doch gehört ja da steht doch sonst immer so eine pappfigur toll ich wieder hier da ich jetzt wieder gegen euch beinahe toll nein wollen wir mal gucken wo er typisch ist zerstört die verborgenen abtrünnigen requisiten noch eine requisite findet und zerstört sie komm pfeif mal her ja 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 mit hat du wie ist nicht oder aber ich und und wer ist das denn sonst bei mir stand hier auch hier so eine blöde puppe so dass etwas anders sein ich bin jetzt one shot man muss einen gegenstand wechseln ich da gar nicht drauf du bist du schon ein anderer gegenstand wer weiß ja wir hören es nicht mehr pfeifen ja es ist ja nur immer pfeifen ich glaube insgesamt ist hier ein schiff das nummer umstellen was das schießen so klein man hat überall schüsse lust aber hörst du es nah bei dir mal mal so mal so mal so sag mal wenn einer die sehr nah bei dir war nicht gerade so bist du mittig? ich nein mehr gelbe haus nein ich sag keine weiteren infos dass mich doch gleich dann ist er beim grünen maus wird doch irgendwo hier rumlauern die ist immer noch weit weg von mir so weit weg weit weit weg stadt habe ich so eine ahnung dass er irgendwo hier rumlauert wo soll denn der sein der hat sich verändert was sich verändert aufblasbare dann sieht aus keine ahnung wurde sein könnte ok ich gebe es auf du auch denn es da gibt es noch nicht auf muss doch irgendwo hier drinnen lauern aber hörst du unsere schüsse sind wir nah ja bist du nah nee alter war auch wieder eine zeit lang beim pet gewesen was soll ich das denn jetzt hier ganz geil soll ich das denn jetzt hier aber ich mache jetzt nicht aus oh Oh, macht da jemand wieder mal geschecksen? Hey, wieso? Ah, was ich jetzt nicht ausmache, habe ich mir an allen schuld, was der liebe Gott gegen uns gemacht hat. Ah, mein Vater, ich liebe ihn. Ja, mein Vater, ich bin wieder schuld an allem, was passiert ist. Okay. Aber ihr habt nirgendwo gesagt, dass wir nicht irgendwo entfahren sollen, das habe ich nicht gesagt. Habe ich nie gesagt. Was habe ich denn hier noch? Okay. Mensch, ich habe doch nichts gesagt, wo du mich hinfahren sollst. Ich sollte ja auch nicht mit dir mitkommen. Idiot, ey. Wir haben dich da in Ernst, oder? Wir haben dich nicht in Ernst, oder? Ja. Hä? Was warst du denn da? Dein Ernst? Wie machst denn du das? Mit L1. Also bei dir in L2. Ich sehe dich zumindest. Wenn du siehst. Guckst du mal in den Stream? Scheiße. Nee, grad nicht. Mann. Ruhme? Ja? Ich geb' dir nen kleinen Tipp. Ich geb' dir nen kleinen Tipp. Ähm, gelbes Haus. Hm. Ich hab's. Immer noch. Ey, Wäscheschrank. Komm her. Hier ist ja kein Wäscheschrank mehr. Ja. Ja. Vor allem Wäscheschrank. Also ich bin immer noch am gelben Haustome. Ja, ich bin ja auch. Ja. Ja. Ich hab's schon. Ich bekomm's schon näher. Scheiße. Ja. Boah. Jetzt sind wir weg. Das sieht aus. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Bleib stehen. Oh. Du altes Sau. Ich weiß doch du willst es auch. Komm her. Streib dich nicht immer kennen wiend. Guck mal! vor allem nur in ner Hose in so ner kurzen Hose oh mann oh oh argh jasa jasa oh oh eeg 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 ma habe ich hier überhaupt einmal erwischt ich bin fast tot so triff ich gar nicht hm hm